Also, Moin, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reaction. So, heute haben wir den lieben Micha dabei. Sehr lustig. So, wir reagieren auf seine Tagesschau. Seine erste Folge Tagesschau, Montag am 16.03.2020. Schon ein bisschen älter. Mit Michael Bohmer, 0 ab 15. Wir fangen jetzt mal an. Oder was? Guten Tag. Guten Tag. Erste Thema ist heute unser... Ach, nee. Und zwar der Coronavirus. Was ist mit Corona-Virus? Ausbürger. Nee, das will ich noch mal noch. Erste Thema ist heute. Und seit dem Zeitpunkt war das immer das Thema. Und zwar der Coronavirus. Nee, der Corona. Derzeit mittlerweile wird sich jetzt auch noch in den kommenden Tagen noch auf alle Länder weiter bebreiten. Spekuliert wird gerade noch, ob es ein Kraftwerk in Südkorea ist. Ach, nicht! Was ist mit Südkorea? Was ist mit Südkorea? Äh, gepestet hat. Erstmal Luft einholen. Und alle Länder werden jetzt wahrscheinlich demnächst auch... wenn sie ein Ohr saurer machten, mit Ruffgucken. Das gehört sich aber nicht. Ja, wir wären bei der Dacke, schau, wir mit den Ohren hier putzen, lalalala, und... Ja, danke, musst du mir sagen. Seid sehr unprofessionell. Seid nicht vorberallt gewesen. Es ist noch nicht klar, wann diese Debatte zu Ende ist und er ändert. Es wird auch kein Ende geben. Was man machen kann, ist... Mit dem Coronavirus. Hände waschen? Nee, meine Hände sind schön sauber. Wenn man betroffen ist davon, muss man allerdings dafür... Ja, ja. Nein, ich wasse meine Hände nicht. Kann auch vergessen. Der Nachrichtsprecher. Sich damit informieren, was man machen kann, als Verbilder und Eltern. Darüber, Freunde, dass ich ein bisschen lachen muss, aber es sieht lustig aus. Ey, mach dich nicht lustig darüber. Gebe wenigstens Mühe. Wie du jetzt aussiehst von damals. Tja, ich muss es halt mal neu aufnehmen. Wäre vielleicht mal gut. Heute zum Fall ist jetzt Schauermöglich. Tempoton allein. Ui. Maximal in der Nacht bis zu sieben Grad. Jetzt machst du das schon wieder mit der Kamera. Ich muss so kurz was einspielen. Tage ist in der maximalen Werte bis 15 Grad. Okay. Mittwoch ist es dann teils bewölkt. Och, nee. Nee. Nach 7 Grad und am Tage 12 Grad. Was denn? Ich habe nicht vergessen. Tagesschau meldet sich wieder um 13 Uhr. Was denn nun wieder passiert? Tagesschau meldet sich wieder um 13 Uhr. Okay. Tschüss. Tschüss. Also beim Tagesschau sage ich jetzt mal lieber noch nichts dazu. War schon lustig. Muss ich zugeben. Auch ein bisschen zu krank. Was ist denn daran krank? Mit dem Wetter. Mit dem, ähm. Sorry, mein Mikro ist gleich runtergefallen. Mensch. Du wolltest schön reden und da fliegt das Mikrofon runter. Klatsch. Klatsch. Also Tagesschau war in Ordnung. 9 von 10. Oh, wie großzügig. Corona. 1 von 10. Das wird alles dann zusammengerechnet in durchschnittlich. Also das ist dann nicht mehr 9 von 10. Wetter. Lass ich mal so gelten. Von 10 von 10. Aber ja, den Rest sage ich mal lieber nichts dazu. Könnt ihr euch selber anschauen. das Originalvideo verlinke ich euch. Lass mir mal ein Like da. Und schreibt meinen Kommentar. Wartet, Freunde. Ähm. Da freut er sich doch. Äh, wo ist mein Smiley, den ich besucht habe? so kommentieren. Freunde, das war's jetzt mit diesen Reaction, mal kurz Reaction. Kein Deutsch mehr. So, Freunde, ich würde sagen, das war's das erste Mal. Ich lade das Video jetzt so, verlinke es euch dann runter. Könnt ihr euch selber anschauen, auch selber Reaction. Macht beim Titelausruf zu, äh, äh, Spiele Gamer, dass ich auch mal kurz reagieren kann, was eure Meinung ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Folge, vielleicht in Fortnite oder in Eurotag. Also, ihr hört's sehen. Bye, bye und adi. Tschüss. 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 Euer Spiele Gamer. Tschüss. 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 Tschüss.